Ich lerne Deutsch. Nummer 5825 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Muskeln kamen nicht von allein. Ich habe hart dafür trainiert. Der Vater lackiert die Fußnägel seiner Tochter. Auf seinem Rücken sitzt eine kleine Katze. Der Vater lackiert die Fußnägel seiner Tochter. Auf seinem Rücken sitzt eine kleine Katze. Hast du schon mal ein Alphorn gesehen? Es ist ein Instrument, das in den Alpen gespielt wird. Hast du schon mal ein Alphorn gesehen? Es ist ein Instrument, das in den Alpen gespielt wird. Mach das Kochen mit deinem Partner zu einem Abenteuer, das Spaß macht und bei dem du flirten kannst. Mach das Kochen mit deinem Partner zu einem Abenteuer, das Spaß macht und bei dem du flirten kannst. Anna ordnet nach einem neuen System und sortiert Handtücher in eine Box. Anna ordnet nach einem neuen System und sortiert Handtücher in eine Box. Hast du nur einen einzigen Kuchen gebacken? Wir sind doch zwölf Personen. Hast du nur einen einzigen Kuchen gebacken? Wir sind doch zwölf Personen. In einer inspirierenden Büroumgebung kann die Fantasie Wunder bewirken. In einer inspirierenden Büroumgebung kann die Fantasie Wunder bewirken. Wenn der Tag mal nicht so gut gelaufen ist, kann man sich im Fitnessstudio wieder auf Vordermann bringen. Wir stellen unsere Nudeln immer selbst mit einer Nudelmaschine her. Wir stellen unsere Nudeln immer selbst mit einer Nudelmaschine her. Das Problem liegt hier an der Wirbelsäule. Die Wirbel sind teilweise versteift. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir stellen unsere Nudelmaschine her.